Der ist genau 130 Meter weg. 130. Bist du bereit? Motorblock, ja, wenn ich nicht in den Boden schieße vor mir. Okay, Feuer! Raketen müssen wir wegstecken! Er will einsteigen! Scheißer Hilfbringer! Oh nein, er ist gestorben! Mein Name steht da! Beide, vier. Ist egal, wenn ich gebannt werde. Wo steht dein Ding? Da rennen sie! Jetzt musst du den Heli loswerden, ne? Ja, das kannst du. Ja. Rennen! Euer Heli. Ja, ja. Was kostet denn das schicke Teil? Meine halt. Kommt drauf an, wo sie es kaufen. Billigst es. Eine Million für euch bei den Zeltmanns. Oje, Mini, was zahlen los? Er hat uns die Scheiben kaputt geschossen. Könnten, oder? Hier? Hast du Sichtfeld noch? Hm, geht. Ja, nicht so. Geh nicht mehr? Okay, wir fliegen einen weiter. Nicht so Bock. Bereit? Hast du Sichtfeld auf den Offrider? Ja. Ja. Okay, und... Go! Hast du ihn gekillt? Er ist tot, oder? Ja. Okay. Lass abhauen, lass abhauen. Komm, scheiß draus. Oh mein Gott. Ach du scheiße. Mach schon mal auf. Ach du scheiße, ja. Ja. Er hat direkt Haser, ne? Ich colter noch direkt. Ja, ja. Ready? Go! Ja, mach. Überfall! Ohne Waffe aussteigen! Da kommt der RDM-Hilfrid schlechthin. So, hier 500, passt schon. Okay, warte. Noch nicht schießen. Beide töten. Und jetzt. Er hat's überlebt, alter. Hassen? Das ist den anderen. Spring die Orca! Die sind auch nur zu zweit. Nein, spreng die linke Orca. Worauf schieße ich? Da hinten war noch einer. Hau ab, lass abhauen. Okay, wir haben abhauen. Wir sind ja gerade am Farmen. In dem Wald sind sie alle drinne. Warte. Und jetzt. In der anderen auch. Komm mal angerannt. Den anderen auch. Der Leaden auch. Er kommt an. Er kommt angerannt. Was abhauen? Hallo? Was abhauen? Naja, Schmied. Was ist das hier? Guck mal, was das abgibt, wenn wir jetzt. Ja, ja. Mach den. Mach den. Call die von Psycho. Die von Psycho. Schnell. Mach, mach, mach. Call die von Psycho. Hey Psycho-Typ. Überfall. Hände hoch. Ohne Waffe aus. Wer sind sie? Was? Zählt das jetzt? Das könnte man alles. Ja. Oh wow. Nicht dein Ernst. Okay. Der Call war raus. Hast du dich gesprengt? Der hat hier gerade Scham geschossen. Haben die dich gekillt? Der hat dich gekillt. Warum werde ich mein Team warm getasert? Warte mal, ihr von Psycho hat gerade meinen Kollegen getasert? Ey, spreng mich doch. Entschuldigung an die Kopf. Ja. Ja, dann machen sie mal auf hier Ja, das sieht auch ganz gut aus Was war das? Das war die Salesforce Westen, die haben gecallt Go go Was ist, wenn du aufsperrst? Mir ist die Karre zugesperrt Geh mir nicht auf den Sack Geh mir nicht auf den Sack Muschi Der Typ ist ja komplett mad, Digga Sollen wir mal irgendwas ausparken und den RDM So, warte, steig ein Steig du ein Jetzt schieß sie beide um Ich kann den einen nicht anschauen Du Spaß Ich kann nicht so weit runter schauen Du musst weiter nach vorne fahren Warte Halt so stehen Bist du raus? Ja Schieß den anderen weg Schieß den anderen weg Ich dürfte mich doch Doch, okay weg Ein paar können weg In den Autoschießen Hahahaha Hahahaha 250 Meter Okay, jetzt müssen wir sicher gehen, dass der Typ weit genug von seiner Karre weg ist Das siehst du, wenn er reinbleibt Ja Er ist ja nicht da drinne, aber er steht weit genug weg 250 Meter Renn 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 zur Karre Hahahaha Ja 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 Es geht los Ah Der wird hier stehen bleiben, oder? Hahahaha Ich bin nicht Hahahaha 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 Alter, jetzt Das war die beste Das war die beste Rache Hahahaha 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 Hältst du uns für dumm, oder was? Dass wir das hier jetzt einfach so machen, oder so? Häh? Hältst du uns für doof? Casey, wenn du getastered wirst, kannst du dich auch holen, oder? Naja, und man kann sie auch zur Belustigung machen. Neneeneene Ich bringe zum Beispiel mit kleinen Babys um und koche sie und isse sie dann. Ich Hunter, kommts! Kommts rein! Kops, henn du auch um es und, henn du auch um es und! Ist Gold draußen Ja, Gold ist draußen Ja, warte Casey, bis die alle da stehen Ja, ja, ich komme! Hahahaha 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 Stopp Er kommt Voraus Pull Und jetzt! Was? Weg, 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 weg! Hatte der Noob Schutz? Ja, was nicht Was? Ok, ähh, zerstör sein Auto Aus! Ja, mach, mach mach! Aaaaaah! Da sind sie beide vom Truck. Die schießen den Reben weg. Weg. Da sind viele Rebellen. Du musst sofort einsteigen. Los komm rein! 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 Die schießen auf uns. Jetzt kannst du schießen. Wo ist er? Jetzt spieß deine Orca weg. Ja, und weg. Aber ich hab halt echt Angst, ihn zu töten. Schieß! Er ist wegen seinem Noob-Schutz nicht gestorben. Genau, und der Samag muss sein. Vorbei. Du musst. Das war knapp. Rent der hin zum Auto? Nein, nein. Ich hab ihn gekillt. Der hat Hit. Willst du ihn killen oder was? Der hat Hit. Der hat nur Hit. Aber es überlebt mal. Der hat auch schon ab. Komm, wir lassen ihn. Der hat schon Hit. Einfach so. Einfach so. Einfach so. Lecker! Ja, selber schuld. Ich hab ihn. Du bist so ein Troll, Alter. Hallo? Was habt ihr denn hier vor? Äh, wir sind nur so ein bisschen hier am Vegetieren. Nein, mach du mal die Sache weg. Wir machen wirklich nichts. Ja, mach das. Mach ich. Wir sprengen den Hunter. Fuck. Fuck die Waffen weg. Ist nur ein guter Rat an euch. Ich pack hier die Waffen weg. Nicht wir. Luda, steig mal aus. Was geht denn jetzt hier ab? Nimm du die Waffe, Dave. Los, kurz. Nimm du die Waffe runter. Ich meine es. Warte, ich mach. Okay. Okay, wir machen was. Okay, wir machen was. Das war der Hunter. Wach, wach, wach. Scroll die Kopf, die Kopf scrollen. Hey, wir machen was. Überfall. Hände runter bis dort. Okay. Ey, was ist das? oh nee. seben. lulololololololololololololololololololol Halilin teniler. Halilin teniler. Wart's, mach. Was für ne Diskussion, ich hab nicht mehr zu dir. Jetzt, jetzt, jetzt komm! Händ noch eure Bistone! Händ noch eure Bistone! Händ noch eure Bistone! Händ noch eure Bistone! Der kommt! Gott, wie scheiße. Du kommst! Der ist ja ein Vorliegte. Warte, die werden's voll sehen. Was machst du dann? Weiß was, hab ich mir fast gefragt. Hä? 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 Äh, jemand hat... Das ist doch Goldschkopf. Geh gang. Weg! Weg! Ich schieße jetzt! Scheiße, Sprenger! Offen! Das sind die Co... Ist egal, Cozy! 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 Ich geh' an, und ihr seid tot! Das ist jetzt nicht mehr Ernährung, oder? Ich geh' an, und ihr seid tot! Alle! Ja, sind sie mir tot. Fuck! Bist du tot? Geh dich sprengen! Der ist in der Garage unter dir! Wow! Schießen, so weit ihr könnt! Ja, ihr könnt schießen! Schieß, schieß, schieß! Schieß, schieß! Und dann rennt weg, er zieht schon! Ist es geblowt? Ja! 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 Ja, let's go! Willst du? Steig aus! Steig aus! Okay, los! Ahhhhh! Ja, okay! Los! Hahaha! Ja, es ist wirklich für euch! Haha! Ahaha! Du hast sie abba. Eeeey! Eeeeeey! Lol... Links... er steigt sogar aus springen um springen um springen um und weg mek soll man den mal ihrer fahrzeuge zerschießen mit der rpg das wurden doch unten ein game hat sich aufgehangen nein doch nicht Okay, komm mal. Wasserpump. Das ist der Wartgelenk. Schnell. Bist du drin? Äh, ja.